So, da ich auch leidenschaftlicher Treckerfahrer bin und seit meiner Kindheit davon träume, mich mal mit den besten Treckerfahrern Deutschlands zu messen, haben wir jetzt eine kleine Challenge vorbereitet, mit der ich eine Messlatte jetzt vorlegen werde, die hoffentlich fast unschlagbar ist. Ihr könnt alle mitmachen und ich bin gespannt, wer mich schlagen kann. So, ich bin gespannt, wer mich schlägt. So, ich bin gespannt, wer mich schlägt. Der Treckersport ist hart, da zählt einfach das Ergebnis am Ende des Tages. Umso enttäuschender dann heute, dass ich es dann doch nicht so auf den Platz bringen konnte, aber gut, so ist der Sport. Morgen geht's weiter, ich stehe wieder auf und weiter geht's. Untertitelung des ZDF, 2020